Cyberport präsentiert das Gepro X Lightspeed Gaming Headset von Logitech. Damit Gaming so richtig Spaß macht, sind nicht nur PC, Monitor, Tastatur oder Maus wichtig. Wenn ihr online gemeinsam mit euren Freunden zocken wollt, solltet ihr das richtige Headset wählen. Deswegen stellen wir euch heute das Logitech Gepro X Lightspeed Gaming Headset vor. Mit einem Gewicht von 370 Gramm sitzt der Kopfhörer angenehm am Kopf. Der Kopfbügel ist dabei größenverstellbar und kann so individuell an jede Kopfform angepasst werden. Dank der geschlossenen Bauweise dämpfen die Ohrpolster aus weichem Memory Foam Geräusche passiv von außen ab. Neben Polstern aus Kunstleder liegt ein zusätzliches Paar aus Stoff bei. Die Treiber des Gepro X Lightspeed decken einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20.000 Hz ab. Dadurch können Soundeffekte und Stimmen präzise wiedergegeben werden. Aufgrund des 7.1-Kanal-Surround-Sounds könnt ihr die Position eurer Gegner beim Zocken besser einschätzen. Das nierenförmige Richtmikrofon lässt sich passend einstellen und bei Bedarf sogar abnehmen. Hohe und tiefe Stimmen werden dank des Frequenzbereichs von 100 Hz bis 10.000 Hz problemlos übertragen. Durch die Echtzeitsprachfilterung hört sich eure Stimme zudem rauschfrei und klar an. Über einen USB-Stick verbindet ihr die Kopfhörer kabellos mit eurem PC oder Notebook. Der integrierte Akku bietet euch bis zu 20 Stunden ununterbrochene Nutzungszeit, bevor er über das mitgelieferte USB-A zu USB-C Kabel aufgeladen werden muss. Mit Hilfe der Tragetasche könnt ihr die Kopfhörer sicher transportieren. Kabellos ins Spielgeschehen abtauchen mit dem Logitech Gepro X Lightspeed Gaming Headset. Kabellos. 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 W Sanhei Amnes. Kabellos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020